Meine Damen und Herren, warum braucht es mehr SVP? Seit über 700 Jahren wissen wir, so schön haben sie es nie mehr, wie wenn sie ledig sind. Und hier gibt es keine Kompromisse zu machen. Ich geniesse noch jede Minute. Ich denke, das ist eine Hauptaufgabe auch in Zukunft. In einer freien und unabhängigen Schweiz. Keine Angst zu haben, dumm zu sein. Meine Damen und Herren, ich rufe Sie auf. Für alle Dumpen, Schweizerinnen und Schweizer. Der SVP die Stimme zu geben. Jochen universo für alle Dumpen! Vielen Dank.